Der DAX, schaut ihn euch an. Da hat er heute noch mal mit einem Gap nach unten erst mal aufgemacht. Wir sehen das alles hier nicht ganz so optimal. Das war noch der 18. hier der Schlusskurs. Anschließend der Rücksetzer hier. Ziemlich deutlich das Ganze. Zack, ist der Kurs nach oben gegangen und hat damit nicht nur das Gap geschlossen, ist sogar noch drüber hinaus geschossen und das in einer buchstäblich sehr impulsiven Art und Weise. Das gibt Hoffnung für all die kürzerfristig Orientierten unter euch. Und sicherlich ganz spannend für mich immer ein Hingucker, wenn ich einen Verlauf habe, der in irgendeiner Form so ist, möglichst einwillig, möglichst wenig irgendwie mit sowas innen drin. Das ist etwas, was tatsächlich mit Schub passiert und dementsprechend verlockend ist für mehr nach oben. Was bräuchten wir? Jetzt ist doch so was nach unten gegangen. Ist das nicht gefährlich? Ja und nein. Dieser Rücksetzer hier, so wie wir den hier sehen, finde ich nicht schlimm, solange er Teil einer ABC-Korrektur ist. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Der Schicke ist allerdings, es bietet uns zwei Trading-Möglichkeiten, nämlich eine Long und eine Short. Die Short ist die kürzerfristige unter den beiden. Nämlich wenn der Kurs, falscher Knopf, wenn der Kurs hier als nächstes irgendwie so ein bisschen ABC nach oben geht, dann das Zwischentief hier reißt, dann haben wir hier sogar noch mal eine Short-Möglichkeit. Ihr seht, das wäre so der Klassiker. Vorne Schub, in der Mitte Korrektiv, kann auch wackelig sein, danach hinten noch mal. Das wiederum ist allerdings etwas, was sehr nach einer ersten Impulsbewegung ABC aussieht und nach sowas schreit. Genauso die Argumentation. Allerdings dann auf dieses Hoch später wäre das der Bruch, um das hier quasi mindestens noch mal zu erwarten. Für die richtig Bullischen unter euch ist das vielleicht nur der Anfang, der Start. Insgesamt kann man ja auch sagen, wenn wir wirklich das bekommen, schaut euch mal die Abwärtsbewegung an. Vor ein paar Tagen hatte ich noch mal so ein bisschen erzählt, so richtig Druck nach unten ist nicht da. Ja, es ist weit runtergegangen, aber wir haben viel Gegenbewegung gehabt hier. Das war im vorderen Bereich. Jetzt gucken wir uns den hinteren. Das ist doch wieder eine Abwärtsbewegung gewesen. Und vielleicht geht die ja sogar noch weiter, auch wenn das nicht präferiert ist. Aber egal wie, auch hier gibt es wieder zig Gegenbewegungen mit Kursüberschneidung, wo man sagen muss, also auch das ist drucklos nach unten. Also der Teil hier, der hintere, das könnte man vielleicht noch gerade so durchgehen lassen als überlappungsfrei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sowas von mir aus. Aber spätestens mit diesem Anstieg, den wir hier haben, haben wir doch hier das entweder schon beendet. Das heißt, wir sind sowieso auf dem Weg nach oben. Vielleicht haben wir es noch nicht beendet. Vielleicht passiert das noch. Aber dann ist das weiterhin schwach. Das heißt, dann gilt weiterhin, dass die Abwärtsseite die korrektivere ist und wir dann halt hochgehen. Das heißt, die Voraussetzungen aktuell für nach oben sind gar nicht so schlecht. Sowohl aus dem kurzfristigen, wie gesagt, ganz kurzfristig durchaus nochmal ein Short machbar. Aber sowohl aus dem kurzfristigen hier, was wir da haben, als auch aus dem etwas, also es ist immer noch kurzfristig, weil ja hier wenige Tage, ihr könnt es auch im Tagesschart sehen natürlich, davon betroffen sind, dass wir eine realistische Chance haben nach oben. Aber immerhin schon mal ein ganz gutes Zeichen. Trotzdem müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass diese Variante längst nicht vom Tisch ist. Ich hatte sie mal eingezeichnet als so. Das würde ich im Moment nicht als vorrangiges. Ich würde vielleicht sogar sagen, komm, gehen wir nochmal einen höher hier, nochmal ein neues Allzeit hoch. Dann werden wieder viele in den Markt kommen, die sagen, ja klasse, jetzt geht es weiter, weil wir haben ein neues Hoch. Das ist das Zeichen für, es geht weiter. Nee, nicht notwendigerweise. Das haben wir hier mehrfach erlebt, dass das häufig auch genau nicht toll ist, wenn wir neue Hochs bekommen. Hier übrigens ebenfalls, guckt mal, das sind hier so Anzeichen für eine Bewegung, die dem Ende entgegen geht. Ending der Diagonal, hier das Ganze, also sprich eine Bewegung, die korrektiv aussieht und klassischerweise doch am Ende der Bewegung eben stattfindet. Also, ihr seht, so ähnlich sieht das hier im Größeren aus. Wir werden uns gleich beim Daumen nochmal angucken. Und das heißt nicht vorsichtig, nicht jetzt den Fielschluss machen, dass das zwangsweise so weit runterführt. Es reicht auch, wenn es so weit runterkommt. Aber eben, dass es nochmal ein Stück runterkommt, das ist davon nicht betroffen. Also, für die, die jetzt die schönste Nachricht gerne gehört hätten, es geht ab jetzt nur noch nach oben. Der Warnschuss ist nach wie vor, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, latent nicht optimal aussieht. Mit den steigenden Hochs, steigenden Tiefs hier, okay, die Richtung ist gut, aber korrektiv, gleiche Argumentation, die wir hier intern verwendet haben. Aber jetzt kurzzeitig hat man erstmal den Eindruck, wenn es denn wirklich so eine ABC ist und wir diese Trigger hier dann bekommen, dass man da sich entsprechend nochmal positionieren kann. Beim Dow Jones ist es grundsätzlich ähnlich. Auch hier gilt natürlich, dass, was diese Ending-Diagonal-Geschichte angeht hier, dass es gar nicht so hübsch aussieht. Also, die Gefahr ist, dass es nochmal einknickt und wir tatsächlich nochmal diesen Bereich 33.000 bekommen. Im Großen bleiben wir aber mal im Nahkampf-Chart. Da sieht es auch nicht ganz so schön aus wie beim DAX, denn der Anstieg, der ist ähnlich schön, aber der Rücksetzer ist deutlich mehr. Das heißt, hier ist im Moment der Fokus für mich eher, naja, dann lass es halt hoch wackeln, meine Herren. Und dann geht es dann halt hier nochmal runter. Die Damen natürlich auch. Ja, also insofern Schub und Wackelig gilt natürlich hier weiterhin. Das Bild hier nicht ganz so toll. Deshalb würden wir sehen, ob der DAX überhaupt da triggert. Ja, ich werde dann häufig gefragt, Mensch, aber kann das sein, du hast mit dem einen jetzt so bärisch gesagt, mit dem anderen kann der DAX dagegen? Ja, kann schon, passiert auch immer wieder mal, aber ist natürlich immer schöner, mit dem Trend da zu gehen, was die Indizes insgesamt sagen. Aber dann wird man ja auch nicht getriggert. Denn getriggert hätten wir ja, oder getriggert wären wir ja nur, wenn wir das bekommen, wenn er da durchgeht. Ja, also wenn er, wenn wir das haben, wenn er dann hier durchgeht. Das ist dann die Stelle, um einzukaufen mit der Erwartungshaltung, dass mindestens das oder eben die Fortsetzung noch weiter dann eben nach oben geht. Aber ihr seht das, wir haben hier heimlich zum S&P gewechselt. Der sieht gar nicht so toll aus. Hier dieser Trendkanal ist natürlich kein Beweis für nichts, aber zumindest mal eine begeisterungsfähige Situation. Für die bullische Seite ist es nicht. Und deshalb müssen wir da wirklich noch mit Argus Augen drauf gucken, was er hier tut. Die letzte scharfe Bewegung hier im 15-Minuten-Chart war scharf abwärts, so rum. Und dementsprechend für die Kurzfristigen unter euch, die auch mal nachmittags so ein bisschen was mitnehmen wollen, das wäre etwas, was ich klasse fände, um dann hier die Abwärtsseite nochmal zu machen. Ob das so kommt, das weiß ich nicht. Aber wenn es so kommt, wenn es hier nicht kommt, dann kommt es vielleicht beim Nasdaq oder beim Dow Jones oder woanders, wo auch immer das zu sehen ist, hier habe ich nochmal so das bullische Bild gezeigt. Und da seht ihr, ich habe das hier mal eingezeichnet. Ich mache mal den hier mal weg, den hatte ich als Alternative. Das habe ich eingezeichnet. Das ist mein präferiertes Bild. Guck mal, überhaupt kein Plan, der Kerl, denn es ist nicht das passiert. Aber auf der anderen Seite, die beiden sind jetzt ganz wenig verwechselbar, weil das ist eine ABC-Korrektur, bräuchte den Trigger dann hier über diesem Hoch, wo auch immer das dann ist. Bekommen haben wir aber jetzt eine scharfe Abwärtsbewegung. Also insofern ist das wenig verwechselbar. Falls wir jetzt, das ist nur eine Anfrage, falls wir sowas jetzt bekommen oder von mir so nochmal, hätten wir hier sogar dann die nächste Short-Möglichkeit dann nochmal. Es ist also ein ewiges Wechselspiel. Anders als der DAX hat er hier allerdings noch eigentlich ganz gute Ambitionen nach oben. Das ist der Nasdaq-Index hier als Future, der Nasdaq 100 in dem Fall, wackelig nach unten. Das heißt, da sehe ich eigentlich ganz gute Ambitionen für nach oben, auch wenn es hier natürlich trotzdem, naja, da ist es noch so halbwegs überlappungsfrei intern. Also 1, 2, 3, 4, 5, das geht noch. Die nächste größere Korrektur ist auch erst nochmal überlappungsfrei. Also beim Nasdaq wirkt das Ganze noch ganz schön gut korrektiv nach unten. Anders als bei den Standardwertetiteln. Eigentlich eigenartig, weil wir von der Zinssituation eigentlich ein umgekehrtes Verhältnis haben sollten. Aber das ist das, was die Marktteilnehmer aktuell draus machen. Und was man draus machen sollte und was tatsächlich gemacht wird. Es ist das Entscheidende, was gemacht wird und nicht das, was passieren sollte. In der Hoffnung, dass euch sowas weiterhilft. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Für heute Nachmittag haben wir so eine gewisse Roadmap, mit was wir rechnen können oder müssen. Und euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.